There he is, the Electron Rammstein-Fan In his caravan, it's the future man Mein Gott! Auch ne Art, die Flammen zu ersticken Beeil dich! Du wirst nicht fahren, mein Kind Achtung! Soweit ich weiß, sollten Sie uns alle drei retten Sind Sie immer so inkompetent? Kuh Schwein Nein, Kuh Unser Abhol-Team ist schon unterwegs, dummerweise auch ne Handvoll Nodds Sollen Sie nur kommen Hey, wie wär's mit ner Waffe? Schieß mir nicht in den Hintern, wenn's geht Hallo Leute Ja, Sydney lebt noch, gleich mal in Kopfschloss Und das ist das geile Level mit der Atom-Arkete Das sind wir schon als nukleare Bedrohung Du weißt ja, wie's läuft Raus mit dir Verstanden, Captain Sydney Folge mir Los Komm Du weißt ja, wieg deinen geilen Arsch Äh, das ist Hotwire Verdammt Also, Leute Erstmal Entschuldigung, dass ich so wenig hochlein in letzter Zeit Ich wünsche es gerne einen plausibleren Grund dafür Aber ich bin dem Call of Duty 6 Fieber verfallen Ja, ich spiel's echt, äh, ein bisschen zu oft in letzter Zeit Oh, boah, das soll mich nicht davon abhalten Jetzt die paar Videos hier noch zu machen Okay Und es ist ein richtig, äh, Scheißlevel Kann ich mal hier dazu sagen Aber immerhin Helfen mir meine Leute Und ich muss auch ziemlich meinen Arsch in Bewegung setzen Damit ich hier lebend durchkomme Schön, dass ihr Oh Gott, noch vier Schuss Schön, dass es wieder so leckt Oh, die Musik ist geil Die Musik ist geil Oh, wie geil ist es Wie geil ist es, leckt Darf ich dir nach Danke Oh, das kann ich hier überhaupt nicht gebrauchen Okay, also Oh, f*** Neu Waffen, Neu Neu Was? Gott, hör mal auf zu lecken Neu Waffen Oh, Hacken, Junge Laserpistole Nice Wie geil, sie brennen Sie brennen Oh, hör doch mal auf Oh, wie ist es mich gerade so ankommen Ne Was, ich kann nicht nach... Okay, gut Ich hab maximale Munition Ich kann nicht mal prüfen, ob das Ding ein Sekundärangriff hat Ne, jetzt nicht Oh Gott, 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 oh Gott Oh, nur Leute, es leckt so wie Sau, es nervt mich auch gerade so sehr Okay, ist da unten irgendwas, oder? Okay, ist da unten irgendwas? Nein, umgestattet Panzer Wie? Stürzen Panzer so oben, oh Gott Was? Ach, wir sind schon minimale Entfernung, haben wir schon Oh Gott, oh Gott, ich bin fast tot. Oh Gott, ich muss abspeichern. Oh, hör auf zu lecken. So, let's play. Speichern, ja. Okay, verlassen. Nein, was? Nichts verlassen. Pausenmenü verlassen, ja. Fuck, keine Monimierung. Oh, scheiße. Oh. Ich bin tot, ja, wie geil. Das ist die Tourist-Animation hier drin. Es gibt keine. Hm, ein Glück habe ich abgespeichert. Okay. Oh, 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 oh. Waffe wechseln, oh ne. Hinter mir, hinter mir ist ein Sniper, irgendwo hinter mir ist ein Sniper. Oh, fuck, ey. Wie unfair ist es? Also, gleich die Waffe wechseln. Auf Mausrad zurück. Da ist er. Der miese Pisser. Wie unfair es ist. So, ich lebe wieder, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Speichern, speichern, speichern. Let's play. Speichern. Ja. Oh, ich bin außer Gefahr. Erstmal. Wow. Ja, und ich laufe voll in die nächste Gefahr rein. Ne. Ne. Oh, toll, jemand kommt in Skype online und ich seh jetzt. Oh mein Gott. Noch ein Sniper. Ich hasse Sniper so sehr. Und in den Level sind es viel zu viele hier. Von, ja. Oh Gott, Leute. Käpt'n-Munition. Und Panzer. Und Rüstung. Und, äh, was man noch so zum Überleben braucht. Schinken. Schinken. Ich will schinken. Okay, gut. Äh, 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 äh. Hab ich noch von dem... Ach, Schluss. Okay, gut. Ah, ihr... Mann, mein Mausrad, ey, ist wirklich auch nicht mehr so wie ich will. Ähm. Noch ein Wunsch. Vielleicht noch ein gutes Abendessen. Zu zweit. Oh mein Gott, Mannschaftssitzmutter. Bitte nicht. Oh mein Gott, schwarze Hand Sniper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gut. Kriegen wir so... Nein, verdammt daneben. Kriegen wir so klein. Okay. Kann ich aber aufmachen. Okay, gut, das war's. Mannschaftssitzball. Nein, das war's noch nicht. Komm, schieß. Bam, das war's. Lass mal nachladen. Und eins ist bereit für den nächsten... Schlag! Eine geile, tragbare Ionenkanone. Achso, und die Flachstellung ist immer noch da. Was? Was? Okay. Gut, 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 gut. Wenn ich die nicht zerstören darf, dazu zerstöre ich sie nicht. Dann bin ich wieder hier. Fuck. Da weh ich zum Deck, ist denn gleich wieder welche. Nein, 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 nein. Oah, Mann, ey. War grad's sagenladen. Ach du Sau. Okay, gut. Gut Den kann ich aber hoffentlich zerstören Naja Da ist aber Hat es aber auch nicht gebracht Okay Ich mache erstmal die Sniper da oben weg Das ist der fertigste hier Dieses kleine Männchen Ja ich weiß Das klingt euren Okay gut Kampfbar gehenden wir Nicht Wieso nicht Okay der Apache Den erledigen wir wieder Hiermit Treffer So Nachgeladen Ja Den Rest diesmal mit Bazooka Diesmal speichere ich ab Bevor ich irgendwie hier draufgehe Entschuldigt Leute Aber auch im letzten Level Hätte ich sehr oft speichern müssen Weil es echt krass brutal ist Weil links, rechts, oben und unten Und von links und rechts Und oben und unten Und überall Gegner kommen Und irgendwie darf ich die Flachstellung Nicht ausschalten Oh mein Gott Oh, da ist noch so ein Mannschaftswagen Scheiße Jetzt nicht mehr Was ist mit den Flachdingern? Darf ich die nie ausschalten? Muss die die? Ach, die hat sie übernommen Aber wacht's halt Fuck Die Lastwagen dürfen nicht draufgehen Okay, gut Hier spricht die Stimme des Widerstands Okay Danke Alles verfügbare Personal Rückt in Richtung des Parks vor Klingt ja so, als ob Brave Shore Das Dorf in Schupp und Asche legen will Hier spricht die Stimme des Widerstands GDI, bitte lassen Sie uns jetzt nicht im Stich Not wird die Kurzstreckenraketen dazu einsetzen Das ganze Dorf mit Napalm zu Bomber Ja, das ist natürlich doofen Oh, verdammt Nein, ich dachte, sie schießt durch Oh, verdammt Oh, verflucht Oh, verflucht Was denn? Nein, ich drifte mal Oh, irgendwie schreit hier jemand, oder? Ach, das ist nur ein Baby Was zum Teufel, wieso schreit hier ein Baby? Oh, okay Nein, da kommt noch einer Wie cool Oh, wir bauen einfach mal hier und da einen Babyschrei ein Komm, das merkt schon keiner Das kommt bestimmt richtig cool rüber Oh mein Gott Okay, gut Eben was wollte ich noch nachladen Ähm Oh, guck mal Ach egal, das weiß ich schon was Me Num Precuse ich Ich Vielen Dank.